Yo, servus Leute, jetzt zeige ich euch, wie ich diese Kühlmaschine einschalten tue. Das ist der Thermo King SLX200, Leute. Da, Leute, kann ich euch das zeigen. Hier, bitte, Leute. Und jetzt schalten wir die Kühlmaschine ein. Und gleich läuft der Motor. Kann auch dauern. Da zeige ich euch mal den Motor, Leute. So. Wartet. Hier ist die Kühlmaschine, Leute. Und gleich seht ihr, wie der Motor läuft. Und jetzt piept das Ding, Leute. Und gleich läuft es. Wartet, jetzt zeige ich euch was. Hier steht Starten des Dieselmotors. Gleich läuft das Ding. Und jetzt geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich danke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao!